Kennt ihr das, wenn eure Höhlen verdreckt sind und ihr euch langsam neue kaufen müsst, aber das Geld dafür eigentlich nicht habt? Dann habe ich die passende Methode für euch und zwar könnt ihr eure Höhlen auch reinigen. Alles was ihr dafür braucht, ist ein Waschbecken, eine Schüssel und Spülmittel, am besten ein nicht so aggressives Spülmittel. Das Waschbecken befüllt ihr mit warmem Wasser, aber nicht heißem Wasser. Anschließend legt ihr dann eure Sleeves, die zu reinigen sind, in das Waschbecken und lasst sie dann ein paar Minuten darin liegen. Währenddessen befüllt ihr dann eine Schüssel mit kaltem Wasser und nach einiger Zeit holt ihr dann eure Sleeves aus dem warmen Wasser raus und legt sie dann so gut es geht schaumbefreit in das kalte Wasser. Auch darin lasst ihr die Sleeves dann wieder einige Zeit ruhen und nach einigen Minuten holt ihr auch da wieder die Sleeves raus und ich würde euch empfehlen die Sleeves auf Küchenrollenpapier auszulegen, damit das Papier mit der Zeit die Flüssigkeit herauszieht. Nach wenigen Augenblicken könnt ihr bereits erste Erfolge sehen und ich würde euch empfehlen dann auch wirklich die restliche Flüssigkeit herauszuziehen, Karten zu slieben, die ihr nicht mehr braucht, damit auch wirklich die restliche Flüssigkeit verschwindet. Jetzt lasst mich wissen, was sagt ihr zu dem Ergebnis?